Hallo! Kannst du mich hören? Boah, Digga, Fingernägel müsstest du auch mal wieder schneiden. Wird ja gar nicht fit. Ich muss das Ding mit der Brechstange aufmachen. Digga, dass mir das als... Dass mir das als Pole nicht direkt einfällt, ne? Schwach. Hä, wo ist die? Wo ist die? Oh, oh, oh!